Hallo, mein Name ist Adrian Topol und ich spiele hier den Vesuv. Ja, das ist eine Art von Zuhälter. Eine ziemlich fiese Art von Zuhälter, weil die haben ukrainische Mädchen, die das nicht wirklich freiwillig machen. Meistens holen sie sie aus den Dörfern und erzählen ihnen natürlich was völlig anderes, was für einen Job die hier machen können, was die verdienen können. Und das hier spielt jetzt in Tschechien auf dem Dorf und passiert aber auch wahrscheinlich in Deutschland und in anderen Ländern. Und ja, zu Genüge. Ja, leider so Mädchen, die dann halt mehr oder weniger dann unfreiwillig Sex haben müssen, bis sie dann irgendwann mal verbraucht sind und einfach dann rausgespuckt werden. Ich habe einen verloren verloren. Was bedeutet das? Tatiana, diese Morgen, nachdem sie geboren hat. Number? 26. Der Baby? Alive. Wow. You know what to do. Ich habe mit Wesley vor vier, fünf Jahren einen, da gab es eine Tatort-Ausschreibung und da habe ich Wesley durch einen anderen Bekannten kennengelernt und er hat da mitgemacht. Also wir haben, ich habe ja selber auch noch eine Produktion, bin jetzt gerade mit Schneeflöckchen unterwegs auf dem Fantasy-Filmfest und Wesley hat da mitgeschrieben und so haben wir uns kennengelernt. Ah ja, alles klar. Genau. Und jetzt wusste er, dass ich spiele und er hat was im Fernsehen gesehen, wo ich so einen russischen Mafia-Typen gespielt habe, da war ich blondiert und das war schon relativ fies und ich glaube, das fand er nicht schlecht. Das passte. Das ist ja genial. Mein Hut. Das ist ja genial. Ich habe genau gefilmt. Ja, jetzt hast du mich erwischt. Ich habe Hühner gefilmt. Oh cool. Bei dem Huhn habe ich einen Hut drauf gesetzt. Ja. Das ist genial. Das ist genial. Ich habe CSKA. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020